Willkommen zu diesem Video. Dieses Mal soll es um drei Anwendungsaufgaben für Sinus, Cosinus und Tangens gehen. Wir beginnen mit einer Aufgabe, wo wir erstmal nur ein rechtwinkliges Dreieck vorgegeben haben. Wir haben hier also noch keinen Sachzusammenhang, den wir irgendwie mathematisch modellieren sollen. Gegeben ist also ein rechtwinkliges Dreieck, von dem wir wissen, dass der Winkel Alpha 32 Grad beträgt und die Hypotenuse 23 Zentimeter lang ist. Gesucht sind die Seite Y und ein Stück der Seite, das mit X bezeichnet wurde. Wir wissen, dass der Rest dieser Dreieckseite schon 5 Zentimeter einnimmt. Wenn wir uns dieses rechtwinklige Dreieck einmal genau anschauen, dann stellen wir fest, dass die Seite Y genau die Gegenkathete zum Winkel Alpha ist. Und wie schon erwähnt sind 23 Zentimeter genau die Hypotenuse. Wir kennen einen Zusammenhang zwischen Gegenkathete und Hypotenuse. Das ist genau der Sinus des entsprechenden Winkels. Der Sinus von Alpha, also in diesem Fall der Sinus von 32 Grad, ist genau das Maß der Strecke Y geteilt durch 23 Zentimeter. Das Ganze können wir nach Y umstellen und erhalten Y ist gleich Sinus von 32 Grad mal 23 Zentimeter. An dieser Stelle kommt auch schon der Taschenrechner ins Spiel. Wir tippen also einfach ein, Sinus von 32 mal 23 und wir erhalten ein näherungsweises Ergebnis von 12,19 Zentimeter. Die Strecke X können wir alleine nicht berechnen. Wir müssen dazu beachten, dass wir noch diese Reststrecke von 5 Zentimetern haben. Wenn wir diese beiden aber als Summe betrachten, also X plus 5 Zentimeter, dann können wir auch hier mit der Hypotenuse eine Beziehung herstellen. Nämlich genau der Kosinus. Der Kosinus von Alpha, also der Kosinus von 32 Grad, ist dann nichts anderes als unsere Strecke. X plus 5 Zentimeter, wieder geteilt durch die Hypotenuse, also durch 23 Zentimeter. Auch diesen Term können wir ganz unkompliziert nach X umstellen. Als erstes rechnen wir auf beiden Seiten mal 23 Zentimeter. Dann erhalten wir links Kosinus von 32 Grad mal 23 Zentimeter. Auf der rechten Seite bleibt gerade noch X plus 5 Zentimeter übrig. Wenn wir das X jetzt isolieren wollen, müssen wir einfach noch 5 Zentimeter abziehen. Es folgt also daraus, X ist gleich Kosinus von 32 Grad mal 23 Zentimeter minus 5 Zentimeter. Und auch das übergeben wir dem Taschenrechner. Kosinus von 32 mal 23 minus 5. Und wir erhalten hier ein Ergebnis von etwa 14,51 Zentimeter. Und damit wäre diese Anwendungsaufgabe schon vollständig gelöst. Die zweite Aufgabe ist bereits eine im Sachzusammenhang. Die Reiseckbahn in Österreich fährt in drei Abschnitten. Im zweiten Abschnitt hat die Bahn eine mittlere Steigung von 51 Prozent, während 479 Meter Höhenunterschied zwischen den zugehörigen Stationen liegen, also zwischen dem Anfangs- und dem Endpunkt dieses zweiten Abschnitts. Aufgabe A lautet dann, skizziere den Sachverhalt und berechne die Länge des zurückgelegten Streckenabschnitts entsprechend dieses Modells. Beginnen wir gleich damit. Wir modellieren das Ganze natürlich als ein rechtwinkliges Dreieck. Das ist ja auch irgendwie klar, denn es geht ja um Sinus, Kosinus und Tangens. Wir wissen, dass die Bahn, wenn sie am zweiten Abschnitt fährt, 479 Meter Höhenunterschied zu überwinden hat. Wir wissen allerdings nicht, wie weit sie sich in der Horizontalen bewegt. Wir suchen diese Strecke, denn das ist die tatsächliche Länge, die die Bahn zurücklegen muss. Nennen wir die gesuchte Strecke also X. Und irgendwie ist uns schon klar, dass wir hier unten diesen Winkel brauchen werden. Von dem wissen wir noch nicht besonders viel. Wir haben ihn jetzt erstmal Alpha genannt. Wir wissen nur eine Sache, nämlich, dass diese Schräge hier 51 Prozent Steigung hat. Das heißt, auf 100 Meter Länge würden 51 Höhenmeter zurückgelegt werden. Und an dieser Stelle brauchen wir Kenntnisse über ähnliche Dreiecke. Wenn ich mir dieses Dreieck noch einmal daneben setze, dann kann ich hier 51 Meter einsetzen und unten 100 Meter. Denn auf 51 Meter Höhenunterschied muss ich 100 Meter in der Waagerechten mich bewegt haben. Hier ist der Winkel Alpha natürlich der gleiche wie in unserem anderen Dreieck, weil sie ja ähnlich sind. Wir können den Winkel Alpha also mithilfe des Tangens bestimmen. Der Tangens von Alpha in diesem Dreieck ist genau 51 durch 100, also Gegenkathete durch Ankathete. An dieser Stelle habe ich die Einheiten gleich weggelassen, da Meter und Meter sich gerade rauskürzen würden. Wenn der Tangens von Alpha 51 durch 100 ist, dann können wir im Taschenrechner mithilfe des Tangens hoch minus 1 Befehls genau diesen Bruch eingeben und erhalten dann einen Winkel. Wir folgern also, unser Winkel Alpha beträgt gerade 27,02 Grad. Jetzt haben wir eine Situation, die ganz ähnlich ist wie bei der ersten Aufgabe. Wir haben bereits einen Winkel gegeben und eine Seite vom Dreieck. Wir wissen also, dass wir mithilfe der Winkelbeziehung jetzt auch die dritte, in dem Fall die Hypotenuse, ausrechnen können. Der Sinus von Alpha ist ja immer noch die Gegenkathete durch die Hypotenuse. In dem Fall ist es gerade der Sinus von 27 Grad, den haben wir ja über den Anstieg dieses Hangs herausbekommen. Es folgt also ein neuer Ansatz. Der Sinus von 27,02 Grad Grad ist das gleiche wie 479 Meter durch unsere gesuchte Strecke x. Auch diesen Term könnte man jetzt nach x umstellen, um ihn dann zu berechnen. Wir können aber auch den Zölfbefehl unseres Kass-Systems nutzen. Wir setzen also in den Zölfbefehl ein, Sinus von 27,02 Grad und das soll sein, der Bruch 479 durch x. Gesucht ist die Variable x. Und damit bekommen wir wieder ein Ergebnis und unser x ist dann etwa 1054,37 Meter. Somit haben wir die Länge berechnet, die die Seilbahn zurücklegt, wenn sie den Hang entlang fährt. Bei Aufgabe B soll man einen Unterschied erklären und zwar den von unserem errechneten Ergebnis zur tatsächlichen Länge dieses zweiten Abschnitts. Tatsächlich kann man durch Recherche herausfinden, dass der zweite Abschnitt 1,290 Kilometer lang ist, also 1290 Meter. Wir haben aber nur 1054,37 Meter ausgerechnet. Wo kommt der Unterschied her? Das ist relativ leicht zu erklären, denn in der Wahrheit wird ja der zweite Abschnitt nicht schnurgerade von einem Punkt zum anderen gehen, sondern er wird mal ein bisschen steiler sein und mal ein bisschen flacher. Und wir sehen, wenn wir uns immer ein bisschen steiler und flacher um diese Strecke x bewegen, dann wird der Weg, der insgesamt zurückgelegt wird, einfach länger. Und deswegen ist die tatsächliche Länge des zweiten Abschnitts natürlich wesentlich länger als unser errechnetes Ergebnis bei Aufgabe A. Bei Aufgabe 3 geht es um das Gewächshaus von Herrn Gründaum. Herr Gründaum hat sich ein neues Gewächshaus zugelegt. In der Aufbauanleitung steht, stellen Sie die beweglichen Wände so auf, dass die Winkel Alpha gleich 75 Grad und Beta gleich 16 Grad betragen. Herr Gründaum stellt das Gewächshaus gewissenhaft nach Vorschrift auf. Es kann davon ausgegangen werden, dass es symmetrisch aufgestellt ist. Das bedeutet, die Winkel links und rechts sind also gleich. Aufgabe A bestimme die Gesamthöhe sowie die Gesamtbreite des Gewächshauses, wenn es der Anleitung entsprechend aufgestellt wird. Dazu haben wir noch eine Skizze gegeben, mit der wir für den Anfang arbeiten wollen. Wir haben also den Winkel Alpha mit 75 Grad gegeben. Was wir allerdings noch nicht haben, ist ein passendes rechtwinkliges Dreieck. Dazu zeichnen wir uns eine Hilfsstrecke ein von dieser Ecke gerade hier runter. Wir wissen auch schon, wie lang die orange Strecke ist, denn das ist gerade die verschobene Höhe von 2,30 m für diesen unteren Abschnitt. Also auch hier 2,30 m. Was wir nicht kennen, ist diese Strecke D1. D1 ist ein Teil der Gesamtbreite dieses Gewächshauses. Und da das Ganze symmetrisch angelegt ist, wissen wir, dass auch der Abschnitt hier drüben die Länge D1 haben wird. Außerdem können wir oben von der Spitze noch ein Lot fällen und erhalten eine Höhe H1. Diese Höhe H1 werden wir brauchen, um die Gesamthöhe des Gewächshauses zu berechnen. Wenn wir diese Stücke erst einmal eingezeichnet haben, ist schon viel klarer, wie die Aufgabe zu lösen ist. Wir beginnen mit der Gesamtbreite. Wir wissen, dass dieser Abschnitt des Gewächshauses, also von da nach da, bereits 3,20 m breit ist. Dazu kommt zweimal dieser Abschnitt, den wir mit der Länge D1 bezeichnet haben. An die Strecke D1 kommen wir heran, indem wir dieses rechtwinklige Dreieck auswerten. Wir haben selbstverständlich hier einen rechten Winkel und wir kennen den Winkel Alpha mit 75 Grad. Wir wissen, dass der Tangens des Winkels Alpha seine Gegenkathete durch seine Ankathete ist. Und genau diese Beziehung werden wir jetzt ausnutzen. Der Tangens von 75 Grad, also unserem Alpha, ist dann nichts anderes als die Länge von 2,30 m geteilt durch unsere kleine Strecke D1. Das ist natürlich wieder ein Fall für unser Kass-System und dort setzen wir ein Solve Tangens von 75 ist gleich der Bruch. 2,3 durch, nennen wir die Strecke hier x, lassen nach x auflösen und wir erhalten ein Ergebnis von etwa 0,62 m. Unsere Strecke D1 ist also etwa 0,62 m. Wenn wir uns den oberen Teil des Gewächshauses anschauen, dann sehen wir, dass dieser Abschnitt 3,20 m breit ist. Die Hälfte davon sind 1,60 m und da das Gewächshaus symmetrisch aufgestellt ist, können wir also annehmen, dass dieser Abschnitt hier 1,60 m breit ist. Auch hier haben wir ein rechtwinkliges Dreieck und wir kennen den Winkel Beta. An die Strecke H1 kommen wir jetzt sehr leicht ran, wenn wir auch hier den Tangens ausnutzen. Der Tangens von Beta ist ja genau die Gegenkathete durch die Ankathete, also die gesuchte Strecke H1 durch 1,6. Der Tangens von 16 Grad, das war die Größe von Beta, ist also H1 geteilt durch 1,60 m. Auch das übergeben wir dem CAS für den Zölfbefehl und wir setzen ein Tangens von 16 ist gleich, auch hier können wir wieder x als unbekannte wählen durch 1,6 und lassen auflösen nach x. Hier erhalten wir also eine Strecke x oder H1 in unserem Fall von etwa 0,46 m. Die Gesamtbreite unseres Gewächshauses, nennen wir sie d, kann nun berechnet werden, indem wir zweimal die Breite d1 benutzen und dazu 3,20 m addieren. Das ist also 2 mal 0,62 m plus 3,20 m. Das sind in Summe genau 4 m und 44 cm. Für die Gesamthöhe des Gewächshauses nennen wir diese H, müssen wir die errechnete Strecke H1 mit 2,30 m addieren und erhalten also 0,46 m plus 2,30 m eben 2,76 m. Bei Aufgabe B wird das Gewächshaus als Ganzes betrachtet. Laut der Vereinssatzung von Herrn Gründaums Kleingartenverein dürfen Gewächshäuser nur bis zu einem Volumen von 80 Kubikmetern in den Gärten aufgestellt werden. Beurteile, ob dieses Gewächshaus bei idealer Aufstellung und einer Länge von 8,5 m den Vorgaben entspricht. Zur Lösung dieser Aufgabe müssen wir also diese Fläche berechnen. Dazu nehmen wir die Maße aus Aufgabe A, damit das Volumen bestimmen und dann gucken, ob wir noch die Grenze von 80 Kubikmetern einhalten. Die Fläche ist durch die gepunktete Linie schon in zwei Teilflächen zerlegt, die sich relativ leicht beherrschen lassen, nämlich in ein Trapez und in ein gleichschenkliches Dreieck. Die Flächenformel für das Trapez, was unsere erste Teilfläche ist, lautet ja A plus C durch 2 mal die Höhe. Also die beiden parallelen Seiten addiert, das Ganze halbiert und mit der Höhe multipliziert. Wir wissen noch, dass die obere Strecke 3,20 m ist. Außerdem ist die die Gesamtbreite 4,44 m und das muss alles durch 2 geteilt werden. Wenn wir damit fertig sind, rechnen wir noch mal die Höhe, also mal 2,30 m. Auch das übernimmt natürlich wieder der Taschenrechner. Wir tippen also ein 3,2 plus 4,44 m, das Ganze durch 2 und multiplizieren mit der Höhe 2,3, so dass wir eine Fläche von 8,786 m² erhalten. A1 ist also ca. 8,79 m². Die zweite Fläche ist genau dieses gleichschenklige Dreieck hier oben, für das wir auch schon die Grundseite und die Höhe kennen. Und wir wissen ja, für ein Dreieck geht die Flächenformel Grundseite mal Höhe durch 2. Die Grundseite ist in dem Fall 3,20 m lang. Also geht es auch hier los mit 3,20 m. Die Höhe haben wir eben berechnet mit 0,46 m. Und das Ganze muss durch 2 geteilt werden. Na klar, auch das macht der Taschenrechner für uns. Also A2 ist dann gleich 3,2 mal 0,46 geteilt durch 2. Und wir erhalten 0,736 m², also ca. 0,74 m². Die Gesamtfläche hier kann nun also als Summe der beiden Teilflächen A1 und A2 bestimmt werden. A1 plus A2 ist dann gleich 8,79 m² plus 0,74 m². Und das ergibt dann 9,53 m². Diese 9,53 m² als Grundfläche müssen wir jetzt noch mit der Länge des Gewächshauses multiplizieren, denn unser Gewächshaus wird ja irgendwie in dieser Weise im Garten stehen, sodass wir hier eine Grundfläche haben und mit Multiplikation, mit der Länge, das Volumen erhalten. Das Volumen des Gewächshauses ist demzufolge 9,53 m² mal 8,5 m. Und auch das übernimmt natürlich der Taschenrechner für uns. 9,53 mal 8,5 m². Und wir erhalten ein Ergebnis von 81,005 m³. An dieser Stelle ist die Abschätzung wichtig. Das sind natürlich nicht viel, aber messbar mehr als 80 m³. Und somit passt das Gewächshaus also nicht zu den Vorgaben der Vereinssatzung. Somit haben wir drei Aufgaben gelöst, die sowohl Sinus, Cosinus als auch Tangens sowie einige weitere geometrische Formen benutzen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank.